hallo und herzlich willkommen zurück zu diablo 4 ja irgendwie höre ich hier nur schaurige geräusche um mich herum wir sind in der letzten folge ein ganzes stück weitergekommen und ich vermute mal dass wir jetzt zum endgegner kommen und zwar hier unten hin ist nur eine vermutung ich weiß es natürlich nicht hundertprozentig aber ich bin irgendwie tierisch aufgeregt und ich weiß auch nicht so genau ob wir es schaffen oder ob es nicht schaffen ich hätte zur not noch ein fläschchen moment warum können wir jetzt mit dir noch mal sprechen äh der ist doch schon gestorben wieso können wir noch mal mit ihr sprechen weil sie wieder leben okay es tut mir leid um donen was geschehen ist ist geschehen was habt ihr vom auge erfahren lillith hat versucht mich zu fangen davor hat sie ein weites flammenmeer überquert dahinter liegt das reich ihres vaters wir kommen zu spät wir können jetzt nicht aufgeben wir haben den stein was sollen wir tun ich weiß nicht ich ich glaubte immer wenn ich sterbe seid ihr diejenige die es beendet ihr hattet immer die ruhige hand nicht ich hört auf euer bauchgefühl es hat uns bis hierher gebracht ja also das video wollte ich jetzt nicht noch mal abspielen wer es nicht gesehen hat kann es gerne im letzten teil noch mal anschauen ich habe nur gedacht die paar worte warum leuchtet mein golem hier gerade so hallo das ist die was wir das jetzt hier die erleuchtung die er bekommen hat oder was ich habe nur gedacht die worte sind schon ganz nett noch mal daran zu erinnern was in der letzten folge eigentlich passiert ist also der eine ist halt an seiner wunde gestorben ja und jetzt kriege ich so langsam ein komisches gefühl er hat alles gegeben seine heimat seinen sohn und wofür ihr seid zurückgekehrt gut was meint er damit diese bestie half mir lillith zu entkommen moment ich habe über solch ein wolf gelesen vertrauen hatte nichts damit zu tun eure freunde kamen zu vernünft und du solltest das auch wenn lillith meiner essenz erlagt ist santuario verloh wie lautet euer plan keine pläne ich biete nur meine hilfe dies führt zur kathedrale des hauses doch ihr müsst euch beeilen lillith ist schon fast dort ihr seid vor lillith angekommen aber sie ist nahe was jetzt wir können einen hinterhalt legen ich lenke sie ab ihr fangt sie im seelenstein ein ein weiser plan und ihr könnt den stein bei mir lassen ich sorge dafür dass lillith eure welt nie wieder bedroht ihr kehrt nach hause zurück ich bleibe in der helle alles wie es sein sollte das bei ihm lassen da halte ich jetzt nicht unbedingt so viel von was jetzt aber auch nicht so toll ist ich weiß nicht wann ich meinen trank einwerfen kann ich würde nämlich gerne noch einen trank einwerfen kurz vorm endkampf mhm irgendetwas stimmt nicht Mephisto hat euch zu diesem moment geführt wir sind in seinem reich sollen wir wirklich tun was er will im vergleich zu lillith ist er das größere übel ich weiß es ehrlich gesagt nicht ich mag halt beide synchron stimmen das heißt für mich ich kann nicht mehr laufen bringen die rel zu Mephisto okay erstmal Mephisto oh okay machen wir die tore der hölle hinter uns und lassen lillith hier zurück sie wird euch fangen ehe ihr entkommen könnt und wenn ich dann im stein gefangen bin wird sie sich meine macht aneignen lasst euren hass auf mich nicht die vernunft übertönen neyrell meinen gedanken zu Mephisto kann ich nicht trauen aber euch kann ich vertrauen tut was ihr für richtig haltet euer leben und das der gesamten menschheit hängt von euren nächsten taten ab wählt weise Sieh leeri auch heiß Sieh unterstützt Sieh haben Sieh Hier Sieh Schуляр Beten wir, dass es funktioniert hat. Kommt nun. Lilith wird uns jagen. Ich muss es beenden. Ich werde Lorath finden. Wieder Ordnung schaffen. Wir warten bei der Kapelle auf euch. Ich will euch nicht zum letzten Mal gesehen haben. Verstanden? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sag mir doch bitte, dass das alles war. Hallo? Ich hab's geahnt, ich hab's geahnt, ich hab's geahnt. Oh oh. Hm, nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Oh shit, oh shit, oh shit. Nein, 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 nein. Laut. Oh, ich muss meine Jungs wiederholen. Ich muss die Jungs wiederholen. Gut, ich muss hier rauskommen, ich muss hier rauskommen, rauskommen, rauskommen. Nein, 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 nein. Jungs, macht sie fertig, ich kann mich nicht bewegen. Oh, hu, hu, hu. Irgendwas macht mich hier gerade kaputt. Und irgendwas macht gerade den Boden kaputt. Nicht gut, gar nicht gut. Es ist problematisch, wenn man sie im kürzester Zeit besiegen muss. Schütti. Mir fehlt die nötige Essayus. Ja, 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 ich weiß. Das sagst du immer wieder. Oh. Oh. Das ist nicht schön. Sie will nicht zu frei machen. Oh. Das ist nicht so ein Jungs, macht was. Nein, ich komme nicht raus. Oh. Da ist sie. Hallo. Warum kann ich nicht angreifen? Oh. Auf sie. Ja. Yeah, yeah. Komm schon. Geh. 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 Auf sieh! Oh shit! Oh shit! Das ist ganz nett! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Lass sie nicht zu mir rein! Mach sie kaputt! Ich will mich wieder nicht bewegen! Ich hasse diese blöden Stunts! Oh Gott, oh Gott! Ist hier, ist hier, ist hier! Ich will mich schon wieder... Auf sieh! Mitgebrüllen! Nein! Ich weiß! Hallo! Bewegen! Leute, so geht das nicht! Komm, 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 komm! Nein! Ja, du sollst ja rauslaufen! Oh, was ist denn? Komm, 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 komm! Ja, du sollst ja rauslaufen! Mach sie Platz! Mir fehlt die nötige Essenz! Ich weiß! Dann besorg dir deine blöde Essenz! Jetzt schieß! Wieso ist sie jetzt schon wieder gestunnt? Oh Mann! Hallo! Das ist so ätzend, wenn man sich nicht bewegen kann! Oh! Ja, lauf trotzdem, Mann! Jetzt machst du bitte platt! Endgültig! Was ist das? Was ist das? Sanktuario Sanktuario War als Flucht Aus dem ewigen Konflikt gedacht Und doch Sind wir erneut Mittendrin Ich habe euch freien Willen gegeben Und ihr habt ihn Vergeudet An einem Kreuzzug, den ihr nicht versteht Ihr habt Tyrannei gewählt Als ich Frieden anbot Ein schwaches Vermächtnis für meine Gabe Ohne mich Hätte er keinen Sieg erhoben Und er dürfte mehr kosten als ihr Bereit sein zu geben Amt Äh Ohne mich D D D Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir mussten das Risiko eingehen Nein, ich verstehe Wo ist der Stein? Nerell Sie ist nicht zu euch zurückgekehrt? Nein Sie muss bereits zur Wüstenkapelle gegangen sein Folgt ihr, schnell! Ich muss Donen mitnehmen und das Tor zur Hölle hinter uns versiegeln Ich halte euch nur auf Ihr schafft das nicht alleine, mein Freund Wir kamen zusammen her, wir verschwinden auch wieder zusammen Jetzt sind wir wahrhaftig allein Die Schöpfer Sanctuarius Engel und Dämon Vater und Mutter Sind tot Sie haben uns nach ihrem Abbild geschaffen Ihr Konflikt ist ein Teil von uns Das wird er immer sein Aber ist an Liliths Vision etwas Wahres dran? Diese verrückte Idee Dass wir dem ewigen Konflikt entkommen können? Oder ergeht es uns wie allen Kindern, die gegen ihre Eltern rebellieren? Am Ende werden wir selbst das, was wir hassen Dies sind keine Fragen für einen alten Mann Und ich habe nicht mehr viel Zeit Das ist nicht mehr mein Kampf Ich kann nichts weiter tun, als die Wanderin und Nerel vor Ratmas Schicksal zu bewahren Und alle anderen, die beim Versuch gescheitert sind, unsere fehlerhafte Natur zu überwinden Sobald wir mit Nerel zurückgekehrt sind, finden wir einen Weg Wir müssen Wer trefft Nerel in der Kapelle Die Quest haben wir abgeschlossen, das ist schön Aber Aber es ist noch nicht das Ende, okay? Wie schließt Akt 6 ab? Ich dachte, wir haben den 6. Akt jetzt abgeschlossen Jetzt bin ich verwirrt Oder war das jetzt Weil sie sich zum Bösen hingezogen fühlt Gehe ich mal stark von aus Vielleicht ist sie zum Gewölbe gegangen Ja Ja, so muss es sein Jorin, Daunen Wir haben so viele an den Hass verloren Wir können nicht auch noch Nerel verlieren Kommt schon Okay Und jetzt? Oh nee, gegen die will ich jetzt aber nicht kämpfen Wird das denn nie enden? Josef, was wollt ihr? Geht zur Seite Ich bin wegen des Horadrim hier Kann das nicht warten Ich muss einen Freund begraben Wir heben sein Grab für euch aus Das ist nett Aber wer hebt eures aus? Tötet den Kesser! Die waren jetzt gar nicht so schlimm wie ich dachte Den haben wir nicht Haha Haha Josef Er rettete mich in Nevesk Sie waren nicht unsere Feinde Das waren Narren Ich habe keine Zeit dafür Ich gehe nach Skarsland Donen verdient es Donen verdient es Mit seinem Sohn begraben zu werden Ich dachte Die Toten verdienen nichts Wenn die Lebenden in Gefahr sind Weise Worte Aber ich Ich muss mein Versprechen halten Deswegen müsst ihr vor mir Gen Norden reiten Wenn die Kathedrale sie noch nicht hat Könnte Nerel zum Gewölbe unterwegs sein Findet sie Und trefft mich dann In Donens Anwesen Also fällt das jetzt tatsächlich nur mir auf Abgesehen jetzt mal von dem hölzernen Sattel Ich habe noch nie einen Sattel aus Holz gesehen Ich habe den nur aus Leder gesehen Das waren glaube ich auch die ersten Sattel Fällt das nur mir auf Dass er jetzt seine einzige Waffe Hinten drauf gelegt hat Und die nicht benutzen kann Wenn er angegriffen wird Hallo Wie dumm ist das bitte Ähm Wo muss ich denn jetzt hin Hier ne Eine schwere Bürde Okay Wie ist das denn Oh ja Platz haben wir auf jeden Fall noch genug Und ich habe noch nicht mal den Trank nehmen können Ich habe aufs Falsche gedrückt Ja war so klar Okay Kein Thema Dann reisen wir mal rüber Also Sollte es eigentlich aufs Pferd steigen So Mal schauen Mal schauen Weil sie ist jetzt tot Moment Ach das ist doch wieder diese blöde Sache Wo der mir immer anzeigt Dass ich von oben rein soll Ich von oben aber nicht reinkomme Sondern nur über den Weg hier unten rum Ach das ist so doof gemacht Ein Weg voller Schuppen Das habe ich in der Spiegelung gesehen Wir sind ganz nah Ich weiß Ich weiß Ich kann dich retten Mutter Ich verspreche es Ich kann lernen wie man Ja ist aber richtig Ach der Wald schon wieder Moment Sucht im horadrischen Gewölbe Nach Nerel Hä? Moment Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt Das ist das Amulett Nee das ist doch das horadrische Gewöl Bin ich denn da jetzt drin? Doch da bin ich doch gerade reingegangen Nicht was ich erwartet hatte Aber verlieren wir die Hoffnung nicht Ich bin aber auch ein bisschen Ich dachte ihr würdet mich mittlerweile besser kennen Ich komme nach meiner Mutter Wo es eine Spur gibt Gibt es auch einen Weg Und ich werde ihm bis zum Ende folgen Ich bin auch ein bisschen irritiert gerade Keine Spur von ihr Aber dieser Brief war vorher nicht hier Sie muss ihn unterlassen haben So Eine schwere Bürde Was ist mit der schweren Bürde? Äh Nein Was ist denn jetzt mit der schweren Bürde? Epilog Wir haben noch einen Epilog Den wir verfolgen Dann gehen wir mal wieder hier raus So Wo müssen wir denn jetzt hin? Äh Hier hin Da können wir reisen Sehr schön Keine Zeit Tut mir leid Warum höre ich die Schritte nur einer Person? Naja Eigentlich haben wir Drei die schweben Vier Skelettkrieger Ein Golem Und ich bin noch dabei Ja Ja Ich bin noch dabei Ich habe viel Zeit damit verbracht, diese Chiffre zu lernen. Also hoffe ich, dass ihr euch erinnert, wie man sie entziffert, Lorat. Denn ihr seid jetzt der letzte Horadran. Meine Mutter hätte gewollt, dass ich bei euch bleibe. Sie glaubte, die Horadran hätten alle Antworten. Ich weiß nicht, ob sie diese Person wiedererkennen würde, zu der ich werde. Es fällt mir gerade schwer, nicht an sie zu denken. Aber dann denke ich an euch und Dormen. Ihr wart keine eiwissenden Horadran. Ihr wart verbittert. Unsicher. Aber ihr wart immer wahre Freunde. Daran halte ich fest. Denn es gibt noch so viel zu tun. Eure Unvollkommenheit gab mir Hoffnung. Und wir werden sie brauchen, um uns dem zu stellen, was kommt. um uns ihm entgegenzustellen und seinen Brüdern. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe. Aber es muss eine bessere Antwort geben. Und ich muss sie finden. Allein. Ich weiß, dass ihr mich begleiten wollt. Aber es sind bereits Menschen gestorben, weil ich nicht vorsichtig genug war. Ich kann euch nicht ebenfalls riskieren. Wenn ich mich irre, wird die Welt euch lebend brauchen, um die Fehler zu bereinigen, die ich hinterlasse. Ich weiß, das wollt ihr nicht hören. Aber ihr könnt nicht aufgeben. Nicht erneut. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie viel Zeit erneut. Aber ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wenn alles so kommt, wie ich es mir erhoffe, werden wir uns niemals wiedersehen. Ja, das war Diablo 4. Ich muss wirklich sagen, es war ein sehr, sehr geiles Spiel. Eine wahnsinnig geile Geschichte und noch geilere Bilder zur Geschichte. Also die Videos, die waren wirklich erstklassig. Es ist tatsächlich mein erstes Diablo. Ne, ist nicht ganz richtig. Ich habe Diablo 1 mal vor extremst vielen Jahrzehnten gespielt, aber da war ich noch kleiner, jünger. Ich weiß gar nicht, wann ich das überhaupt gespielt habe. Ich glaube, jünger ist da jetzt wirklich das bessere Wort. Ich kann mich da aber so gar nicht mehr dran erinnern. Ich weiß nur noch, dass es nicht schlecht war und dass man sehr viel auf die Maustaste drücken musste. Also ich habe mein Leben lang Diablo immer nur mit schmerzenden Fingern im Endeffekt verbunden, aber auch mit einer geilen Story. Auch wenn ich da überhaupt nichts mehr von weiß aus dem Teil. Und ja, nach einigen Jahren Abstinenz sozusagen ist es jetzt tatsächlich mein erstes Diablo wieder. Und ich muss sagen, es ist wahnsinnig, wahnsinnig geil gewesen vom Spiel her. Also nicht von der Art des Spielens her. Das ist so eine Sache, naja, man muss es halt mögen. Ich mag es auch schon bei Lost oder ich mochte es auch schon bei Lost Ark nicht so besonders. Dieses, ja, mit den Klicken, mit dem, mit Maus und Tastatur. Und bei Teso ist es ja anders. Da bewegt man sich anders fort, um es mal so zu sagen. Ich glaube, bei Diablo ist die Steuerung mittlerweile auch ein bisschen verbessert worden. Aber ich fand es wahnsinnig geil, dass man das Ganze jetzt auch ab diesem Teil oder in diesem Teil mit dem Controller spielen konnte. Und das habe ich natürlich auch ausgenutzt und bin damit wahnsinnig gut zurechtgekommen. Also abgesehen davon, dass ich ja schon mal das Öfteren erwähnt hatte, dass mein linker Stick immer dahin zieht, wo er gerade lustig ist. Abgesehen davon, dass meine, ja, mein Charakter sich halt ein bisschen von selbst bewegt hat. Hat aber alles wunderbar geklappt. Und, ähm, naja, gut, wenn wir mal von den Situationen natürlich absehen, wo wir gestunt worden sind von irgendwelchen Bossen, dann habe ich mich wieder wie so ein kleines Kind im PvP gefühlt. Und, äh, ja, sowas hasse ich einfach wie die Pest. Also, dass sie das hier mit reingebracht haben, finde ich schrecklich. Aber gut, das sind jetzt nur so die Kleinigkeiten natürlich vom Spiel. Aber ansonsten fand ich es wirklich richtig, richtig geil. Die Story hat so richtig, richtig Laune gemacht. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, also so mein Fazit zum Spiel, mega geiles Spiel, aber nicht die 100 Euro wert, die ich ausgegeben habe. Überhaupt nicht. Ähm, für 50 hätte ich es mir nochmal überlegt. Ich weiß nicht, ob es 50 Euro wert wäre. Mir persönlich wäre das sogar auch noch zu viel gewesen. Ähm, aber 100 definitiv nicht. Ja, ihr könnt jetzt sagen, es gab es ja in Anführungszeichen auch schon für 70 oder 75, glaube ich. Ähm, ja, gab es. Aber dann hätte ich nicht schon vorher das Let's Play starten können. Das heißt, für mich persönlich als Content Creator gab es halt nun mal keine andere Option. Klar, es gibt natürlich noch die Option, ähm, das Let's Play später anzufangen. Aber sind wir mal ehrlich, wenn es fünf Tage später erst hochgeladen wird und veröffentlicht wird, äh, da ist irgendwie schon der ganze Hype fast schon wieder vorbei. Um es jetzt mal extrem auszudrücken. Ähm, also nicht ganz so schlimm, wie ich es jetzt gesagt habe. Aber es ist schon, ja, es ist halt blöd. Man ist wirklich drauf angewiesen, wenn man so eine Sache wie YouTube macht und halt Content Creator hier ist. Man ist da schon drauf angewiesen, die Sachen dann auch pünktlich hochzuladen. Und ich weiß, ich habe auch viele Spiele, die ich, äh, wesentlich später gespielt habe. Die ich halt eben später erst entdeckt habe in dem Moment. Aber, ähm, ich bin auch ganz ehrlich, das frühere Hochladen war es mir schon wert, dass ich mehr Geld ausgegeben habe. Aber insgesamt war das Spiel definitiv keine 100 Euro wert. Also bei 50 lässt sich noch drüber streiten, aber 100 Euro, ähm, ist das Ganze definitiv nicht wert. Und, ja, aber ansonsten soll jetzt keine Kritik am Spiel selber sein. Es war nämlich ein mega, mega geiles Spiel. Die Story hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich komme immer noch nicht so ganz über die Sache hinweg, dass ich mit Level, ja, knapp 32 vor dem Endboss stand, beziehungsweise vor diesen ganzen Endgruppen, sage ich jetzt mal, auf dem Weg zum Endboss. Und da völlig, äh, ja, zerstückelt worden bin, letztendlich. Ich habe mich zwar gut durchboxen können bis zu einem gewissen Grad, aber ich hätte so definitiv nicht den Endboss geschafft. Nee, das glaube ich nicht, weil ich war jetzt schon hart am Kämpfen. Und ich habe jetzt am Ende, ich weiß es nicht mal genau, ich glaube, 44 Grad noch so geschafft. Ähm, und, ja, gut, es ist halt angegeben, der Endboss ist, beziehungsweise diese ganze Sache davor ist ab 45 plus. Und, äh, die sollte man auch haben. So die 43, 44, wenn man reingeht, sollte man auf jeden Fall haben, weil es geht sonst nicht anders. Ich weiß nicht, wie es mit anderen Charakteren ist. Ich habe ja auch kein Bild verfolgt oder so. Ich habe das Ganze einfach so eingestellt, wie es für mich persönlich am besten war. So aus dem Bauchgefühl heraus. Von Bild generell halte ich nicht allzu viel, weil ich kann den perfekten Bild haben, mit den perfekten Schadensanzeigen. Und ich kann ihn nicht nutzen, weil ich einfach komplett anders spiele. Und deswegen halte ich persönlich von Bild gar nichts. Man kann sich daran orientieren, ja, klar. Ähm, es kann einen immer so ein bisschen verbessern oder man kann vielleicht so Hinweise dann zwischendurch noch bekommen. Kann man es ein bisschen besser machen, als es jetzt schon ist oder nicht. Aber grundsätzlich halte ich da nicht allzu viel von. Deswegen habe ich mir auch kein Bild angeguckt bis zum Ende. Da war ich dann so Level 31 oder so. Da habe ich dann gedacht, naja, gut, vielleicht guckst du mal. Ich habe dann ein Video vorgeschlagen bekommen, da war was mit dem Bild drin. Allerdings jetzt auch von keinem Profi, sage ich mal. Und der hat das dann so ähnlich aufgebaut wie ich. Und dann habe ich mir nur gedacht, ja, dann hast du wahrscheinlich nicht allzu viel falsch gemacht. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die ganze Story gefunden habt. Das Ende hat mich jetzt so ein bisschen, ja, halb positiv, halb negativ zurückgelassen. Bin ich ganz ehrlich. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was jetzt so passiert. Ist sie jetzt zu sehr beeinflusst worden, unsere Freundin? Weil sie ja auch Mephisto immer wieder an ihrer Seite hat und sieht. Ich nehme mal an, dass sie ihn selber auch sieht. Hat sie jetzt was Böses im Sinne? Will sie jetzt quasi mit dem Stein irgendwo, keine Ahnung, verrecken in irgendeiner Höhle oder sowas? Ich weiß es nicht. Ich denke schon, dass sie versucht, das Richtige zu tun. Aber ob sie es auch wirklich tut? Naja, sie sagt es ja selber. Sie weiß nicht, ob es richtig ist, das, was sie jetzt gerade vorhat. Aber keiner weiß so genau, was sie jetzt vorhat. Und das ist irgendwie so dieses, das Ende lässt mich dann wieder mit Fragezeichen zurück. Und ich hasse Enden, die mich mit Fragezeichen zurücklassen. Aber trotzdem, von der Geschichte her fand ich es wirklich klasse. Und ja, ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr jetzt so ein Ende erwartet hattet, dass er jetzt eingesperrt wird und sie dann bekämpft wird. Oder ob ihr jetzt erwartet hattet, dass sie bekämpft wird und dann in diesen Stein zum Beispiel eingesperrt würde. Das wäre jetzt auch noch ein alternatives Ende sozusagen gewesen. Was wir aber nicht aussuchen durften. Deswegen, ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Let's Play. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.